§ 259 Hehlerei Erlangen Erlangt ist eine Sache durch eine rechtswidrige Tat, wenn sie unmittelbar aus dieser stammt und der Vortäter an ihr eine rechtswidrige Besitzlage begründet hat. Verschaffen Sich oder einem Dritten die Sache verschafft, wenn der Täter im Einverständnis mit dem Vorbesitzer die selbstständige Verfügungsgewalt über die Sache für sich oder einen anderen, gut wie bösgläubigen Dritten, tatsächlich begründet hat. Ankaufen Das Ankaufen ist ein Unterfall des Verschaffens, sodass alle für das Verschaffen notwendigen Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Absetzen Absetzen ist eine endgeltliche, wirtschaftliche Verwertung des Tatobjekts durch Übertragung der Verfügungsmacht auf einen Dritten, mit Einverständnis des Vorbesitzers durch den selbstständig, d.h. weisungsabhängigen Täter, wobei ein Absatzerfolg eingetreten sein muss. Absatzhilfe Absatzhilfe ist die unselbstständige Unterstützung des gelungenen Absatzes des Vortäters. Absatzhilfe 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 Vielen Dank.